Ich bin ganz begeistert heute. Ich bin in meinem Wahlkreis in Rheinstetten, wo die Messe Karlsruhe sich befindet, auf der Messe Einstieg Beruf von der IHK, der Handwerkskammer und der Bundesagentur für Arbeit. Und wir suchen in der Region Karlsruhe dringend Auszubildende. Die Wirtschaft brummt im Moment und ich feure alle Jugendlichen aus Deutschland auf, wenn ihr Lust habt zu uns zu kommen, eine der nicht nur schönsten, sondern auch innovativsten Regionen in Deutschland und Europa, bewerbt euch hier bei den Unternehmen. Es sind unglaublich viele Ausbildungs-, aber auch Arbeitsplätze im Übrigen frei. Und deswegen informieren, auch über Internet, über Facebook, über die sozialen Medien, weil wir können hier wirklich noch viele gut ausgebildete, schon von den Schulen her, aber auch insgesamt viele kreative, junge Menschen gebrauchen. Also einfach bewerben und kommt zu uns in die Region Karlsruhe.